Hallo, mein Name ist Gamero und herzlich willkommen zurück zu Longshot in Madden 18 und wir gehen direkt einfach ohne großes Gelaber nach dem Noob-Festival in der letzten Folge in die Story ein. Also, bis gleich! Einer der Leute, die gesagt hat, ist einer von deinen besten Freunde. Wer? Mario Gonzales. Mario. Ja, ich weiß ihn. Wollen wir ihn in die Mix? Keine Ahnung. Ich würde ihn anbieten, nicht ein schlechter Typ. Dann ist er? Ja, es wäre gut, wenn ihn zu schützen. Also, dass Ross nicht komplett ehrlich war, um die Legenden zu schützen. Sie sind weg. Das ist besser für mich, oder? Vielleicht. Vielleicht nicht. Also, wer am I? Das ist das Ding. Jack hat die Scouts zu interessieren. Die anderen Spieler müssen etwas anbieten. Okay. Jeder von uns ist ein formerer NFL-Spieler. Willkommen zurück in die Liga. Also, kleiner und schneller, mit etwas zu tun. Jeez. Ready für ein weiterer News? Es gibt mehr. Hey. That trip cost us valuable time. An interesting offer came in today. Jetzt bin ich gespannt. Okay. I wanted to talk to you first. I know they loved you going to the Middle East. Everyone did. I mean the social media response was nuts. I can't say, but this is as safe as it's going to be for you. If you serious about being an NFL quarterback, we need to get you comfortable with the media. This is a great chance for you to face your past head on for everyone to see. What do you say? Oh Gott, oh Gott. Ja, wenn sie sagt, das ist gut. Let's do it. Great. Die will auf jeden Fall nur das Gute für uns, also nur das Beste für uns. Oh je. I got to tell you. The last episode when I found out you were a military guy, I was fired up for you. But it is not the traditional method of getting to the National Football League. So here's my first question kid. How does a five star college player quit and join the army? Uh. Don't you guys know I'm a pioneer? Everybody's going to take this path after me. No, but seriously though, after my dad died, it was a really difficult time for me. I isolated after that and just wanted to go where no one knew who I was and no one cared about football. I didn't have some big heroic reason to go. And in no way am I a hero. I met a lot of heroes in my time in the Middle East. You know, it's a life choice and you made it. And I have a lot of respect for you. But on the other side of the coin, if you had a chance to do it all over again, what would you do? Oh yeah. Wow. If I could do it all over again. I would have talked about it. I mean, any of it. You know, but that's hindsight. I made the mistake of not leaning on Colt or my teammates. You know, because in my mind, the only person that could help me get through it, my dad, was gone. Well, I got to tell you, Devin, that hits me pretty hard personally because my father coached me growing up. And I cherish those moments with my father. And I got to believe now that you're more mature, you're able to draw from those moments and make you a stronger person. And I also got to tell you this. When you think about Captain McCarthy, I got to believe he had a big hand in getting you from there to here. Absolutely. I mean, Captain, Captain McCarthy helped me find my love for football again. I mean, just simply throwing the football around. You know, no, no loud crowds, no, uh, no cameras, no critiques from the media. Sorry, guys. Just simple, like playing in the front yard. Amazing stuff, but I didn't exactly hear a Ross Fountain shout out right there. And you won't. I love it. Devin, it's time to talk to you about the Legends game. You're gonna be on a football field with a bunch of NFL veterans. It's an environment you've never been in before. Yeah, true. You might be way over your head, but guess what? It's gonna decide if you're drafted or not. I want your reaction and how you feel about the pressure of that game. Oh, yeah. Um. Well, they put together quite a cash for this thing. And I'd be lying to you if I didn't admit that I wasn't a little bit nervous. You know, I am. But, you know, that being said, I just have to play within myself and make sure I'm one of those 256 players drafted next weekend. Truth be told, I'll do whatever it takes. They tell me I gotta walk across a hotbed of Kohl's wearing nothing but a football helmet. Like, I'll do it. Well, let's hope it doesn't come to that. You know, next thing on my mind is this TV show. You know how you got here, Devin? You got here because you're a TV star. I have questions. And my question is this to you. Are you just a TV star or are you really a football player? Uh. Okay. Well, the truth is I want to play pro football. But I have been working on my footwork with Dan Marino. So I'm kind of expecting to invite the Dancing with the Stars. After everything I've been through this past year, I wouldn't mind trying to win Survivor too. But seriously though, come on guys. You see me on camera. I'm pretty sure it's either football or bus for me. Well, for long shot, you are competing against Mike Schmizdia. Oh, yeah. He came off like a pompous jerk and you wanted to crush him. Yeah, I'm sure Mike's a good guy. Maybe he was just having a bad set of days. Oh, come on, Devin. That's a political answer. You were winning me over until I started hearing that kind of stuff. Well, let's get you out of here with this. If you had the opportunity to pick any NFL team, which would you pick? Oh, I'll play for anybody. Oh, no. There you go again, Dev. How about we start here? What was your favorite team growing up? Oh, yeah. Oh, well, I can definitely answer that. Äh. Oh, nee. Hehehehe. Shit. Ähm. Oh, shit. Wow. Ähm. 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 Ich sag die Steelers. I always love the Steelers. Well, that wasn't very hard. Now you got yourself back on track. Devin, I can't thank you enough for being here. I wish you all the luck in the world. You've been a great guest today. But, look, thank you guys for having me. I mean, I watch your show, like, every day. So I really appreciate it. Jim, I'm getting a feeling he's winning you over. Uh, you got it, Pat. That young man has won me over. I think he's gonna be fantastic in the league. I like his arm, and I like his attitude. And we're clear. Wow. Wow. Das war gar nicht schlecht. Wow. Can you believe that? You did really well. Wow, I couldn't have done without you. Thank you so much. Ready for the next one, huh? Yeah, let's do it. That's right. So, jetzt müssen wir nur noch spielerisch besser werden. Ansonsten wird das alles nichts. Aber ich denke, das wird schon. Ja, komm mal in. Es ist offen. Hey, you got, you got a minute to talk? Ja, Mann. Ja, ich habe. Aber, uh, first, take a seat. Okay. Ich will, du, 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 du. Ich will, du, 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 du. Ich will, du, 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 du. All right. Ich meine, es... Just listen. Du, 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 du. Heading down the Midwest Highway, Chasing down the Indie skyline. Brothers and ours just headed to the Combine. As the day turns into night. Clock's ticking down and there's one more play. One more pass and you're on your way. This is where it gets good. Hey, he's a long shot. It's a long shot. Ooh. Oh, je. Ich bin knuffig. Gonna be ready for something tonight. Gotta be something for the big bright lights. He's a long shot. He's a long shot. Ooh. Yeah. Some, some will win the game. Some Hall of Fame. I don't know, man. That's all I got. What do you think? Is voll gut. You wrote that? Yeah. I mean, for you. You know, for us. For, you know, the show. I don't know. I was gonna show it to Julia. Think she'll like it? It was amazing. Yeah? Alright. I mean, you really think so? I mean, it's just the start, but... No. How long have you been working on it? About 30 minutes. No? Geez. Wow, man. It was great. It's great. Cool. Cool. It's great. Das ist echt ein guter Freund, ne? Unglaublich. Nah. 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 You, uh... You answered it. You answered it. Yes, I did. My man. Yes, I did. Cause I'm psychic. Cause I know you better than you know yourself, D. Yeah, I'm ready for the game. Alright, you like it, okay? It's good. It's good. It's good. So, this is... Yeah, yeah. I'm ready for something tonight. I'm gonna be for heights. I'm gonna win this game. I'm gonna go to the hall of fame. Yes. That's it. Ne? Ah, ist der cool. Also, das ist echt ein richtig guter Freund. Oh shit. Oh shit. Oh, mein Gott. Wade's Team gegen die Legends. Season Final. Let's be clear. It's not just any offense against any defense. Devin certainly has a little help back there. Justin Forsett lining up in the backfield. And the same could be said for the defense. Former NFL player Larry English is out here trying to prove himself tonight in Longshot. No doubt, that's what's got so many people tuning in right now. Let's go down to the field. Larry, it's good to see you again. But the question everybody wants to know is how does it feel to be out there again today? Man, great, great. I feel, you know, my body's healthier than I've been in a while. And, you know, really at this point I just wanna show people I can still play. Well listen, this is your shot. This is your chance. This is your opportunity to redeem yourself. Everybody's waiting, and I know they're excited to see you back in uniform, as am I. Good luck out there today. Thank you. Man, I wish I had a jersey to put on. Ne? If you want these scouts to buy in, you gotta leave it all out there on the field. Come a long way. It's time to show off to the world. Let's go. Yes sir, Kof. Don't get in your head. Trust your arm and you'll ace it. All set? Let's run it! Dem arm vertrauen, und dann geht's los. Das ist es! Also, jetzt geht's los. Jetzt spielen wir. Holy shit! Und das mit unserem Noob gameplay. Wir müssen es auf den Schauspielern und die Leute nach Hause kommen. Ich kann es nicht warten, bis einer dieser Leute kommt mit mir. Ich werde diese Leute zeigen, wie schnell die Crews-Missile wirklich ist. Gut. Diese Leute haben noch nie zusammengearbeitet, wie wir haben. Wir sind in den Settel, seit wir sieben Jahre alt sind. Ja, fühlt sich an die Zeit, gut. Du hast das richtig gemacht. Was ist es, Freunde? Y'all haben noch mehr room? Ja. Mrs. Archer? Was machst du hier? Das war meine Audition-Tapie, Mann. Ich bin von Spiel mit Philip Rivers zu sitzen auf meinem Kausch. Ich habe noch nicht bereit, zu sagen, es zu verletzen. Hey, ich habe gehört, dass du das Lamm-Shot-Dude kennengelernt hast. Ja, ich habe mit diesem Schumpen zurück in der Schule, Mann. Du kennst den Mann, der hat alles, und immer schreit über ihn? Das ist er. Ich habe alles für alles in meinem Leben gearbeitet. Ja. 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 You just stand on my way, alright? Let's go. Let's go, big boy. Okay. Okay. Alles klar. Hey, Longside. You're gonna get hit today. Kein Wort verstanden, was er irgendwie, ich hab keine Ahnung. So, vier Minuten sind auf der Uhr. Wir müssen die Zeit runterlaufen lassen oder einen Touchdown erzielen. Wir starten ab der 20-Yard-Linie. Wir müssen es schaffen innerhalb der ersten vier Downs quasi. Ja, Turnovers oder sowas enden natürlich die Challenge. Also, los geht's. First Play. Go, go, go. Go for it. Der erste Run. Und... Ah, der lief gar nicht so verkehrt. Der lief gar nicht so verkehrt. Ein paar Yards gewonnen. Zeit runtergenommen. Das ist doch in Ordnung. Okay, jetzt bin ich gespannt. Okay, jetzt bin ich gespannt. Okay, es wird kein Lauf. Wir müssen passen. Bin ich mal gespannt. Oder... Ja, kein Raum gewinnen. Ja, kein Raum gewinnen. Leider. Third Down. Jetzt wird es natürlich übel. Ich hoffe mal, dass der B-Typ gut läuft. Wow! Den hättest du haben müssen. Den hättest du haben müssen. Fuck. Den hätte er haben müssen. Und wir sind selber durch. Alles klar. Quarterback Run hat funktioniert. Sehr schön. Also, First Down erreicht. Und wir haben Zeit von der Uhr runtergenommen. Zwei Minuten und zwölf haben wir aktuell. Das ist gar nicht so verkehrt. Und... Go, 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 go. Sehr schön. Und... Es könnte ein First Down gewesen sein. Es könnte ein First Down gewesen sein. Ansonsten haben wir... Ja, First Down. Tatsächlich haben wir geschafft. Sehr schön. Ging allerdings ein bisschen zu schnell. Wir müssen... Ja gut, wir können auch einen Touchdown erzielen. So ist das ja nicht. Okay. Haben wir gefunden. Okay, aber... Ich weiß nicht, ob das ein Yachtgewinn war. Nee. Okay. Der nächste Run. Gucken, ob wir das packen. Wow! Wow! Okay. Der lief leider nicht so gut. Aber eine Minute hätten wir noch. Wir sind jetzt bei Third und 13. Okay. Hoffentlich kriegt er das hin. Oh, sieht schlecht aus. Oh, im vierten Versuch müssen wir es jetzt packen, einen richtig guten Pass rauszuhauen. Und damit First Down wird, glaube ich, leider schwer genug. Wow. Die Läufe gefallen mir gar nicht. War First Down, war First Down, wenn dann aber sehr knapp, glaube ich. War First Down und wir haben... Ja, wir sind auf 13. 13 Sekunden nur noch, dann hätten wir die Zeit runter. Damit hätten wir die Challenge gewonnen. Das wäre doch fantastisch. Yeah. Das hat auch schon mal wieder die Zeit runtergenommen, sehr viel Zeit runtergenommen. Zwei Sekunden hätten wir noch. Und wir haben die Challenge auf jeden Fall gewonnen. Das kann ich so schon mal sagen. Wenn jetzt nichts Großes mehr passiert, der kriegt sogar vielleicht sogar noch den First Down. Kriegt er nicht. So, Challenge haben wir hingekriegt. Wir haben gewonnen. Wir haben die Zeit runterlaufen lassen. Perfekt. Challenge to Gamewinner. Das ist die nächste. Okay, ich bin auch gespannt. Okay, 80 Yards to go. Das ist ordentlich. So, zwei Minuten auf der Uhr. Wir müssen einen Touchdown erzielen. Das ist natürlich heftig. Wir müssen auf jeden Fall einen Touchdown erzielen. Shit. Okay. Bin ich gespannt, ob wir das hinkriegen. Und go. Yeah. Er hat ihn noch. First Down. Nice. Guter Raum gewinnen. Schöner Pass. Das hat richtig gut funktioniert. Okay, nächstes Ding. First Down. Wow. Okay. Oh, shit, 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 shit. Haben wir es gekriegt? Ja, wir haben es gekriegt. Nice. Wieder ein schönes Ding. So, jetzt bin ich gespannt. Eine Minute 36 ist auf der Uhr. Wir müssen richtig Raum gewinnen machen. Oh. Wow, 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 wow. Hat er? Hat er nicht? Schade. Sah erst so aus, als hätte er den gekriegt. Second and ten. Da wurden wir fast gesackt. Das war ein bisschen doof. Der war schön. Der war richtig schön. Und es ist ein Touchdown. Touchdown. Bam. Nice. Der war richtig gut. Der war richtig nice. Wie gut war das denn? Zweite Challenge. Auch hingekriegt. Das war richtig gut. Challenge 3. Against the Wall. Jetzt bin ich gespannt. Also bisher, die zwei Challenges waren ganz in Ordnung. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was jetzt passieren wird. Der Scouting Report updated. Okay. All right, now let's go to Dan Marino. He's been part of Devin's Longshot Team. Dan, I'm curious. Were you part of the group that set up these Challenges? I was. And I look forward to this one the most. It will test every aspect of Devin's game. Devin will be backed up to the one-yard line and has to drive the team into field goal range with very little time left on the clock. And Dan, I like that these are so difficult. It would be almost unfair to Devin if the show gave him a pass. Let's put him in these tough situations and see how he handles them. Exactly what we're thinking, Charles. Okay. I could never be back here. It's pretty cool, right? Maybe for you, these people didn't exactly care for me too much when I left. It's in the past. Devin, wait! Get off the field! Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Come on, everybody! Way you suck! Way you suck! Way you suck! Okay, Devin, this is beyond difficult. Way you suck! I want you to focus on getting out of the end zone. And then start working towards field goal range. Good luck! Okay. Also, drei Minuten auf der Uhr. Wir müssen die 35-Jard-Linie erreichen oder einen Touchdown erzielen. First Yard-Line. Okay. Boah. Turnovers und so weiter werden gefährlich. Ganz klare Sache. Okay, wir müssen loslegen. Alter, Finne. Das geht, glaube ich, schwer. Oh, shit. Da weiß ich gerade nicht, wo ich hinlaufe. Wow! Wow, 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 wow! First Down! Bam! Der war gut! Der war richtig nice. Habe ich ganz zufällig gesehen, dass der richtig gut gelaufen ist. Und jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal sehr viel Ruhe erst mal. Wir müssen natürlich immer noch viel hinkriegen. Und das wäre geil, wenn der X-Typ es hinkriegt. Oh, das könnte... Er hat ihn sogar! Und er läuft durch! Touchdown! Was war das denn für krass? Oh, my... Holy shit! War der gut. Und das ist Cruz unser Freund gewesen. Wie krass war das denn? Hätte ich nie gedacht, dass der ankommt. Wow! Nice! Boah, war der krass! Ich dachte so, okay, ich habe die Chance verpasst, irgendwie einen guten Pass rauszuhören. Aber das war nice. So, Challenge 4 on your own. Okay, da bin ich gespannt. Das war ziemlich einfach. Ich habe etwas, was ich möchte, dass du auf den Challenge versuchen kannst. Was? Ich möchte, dass diese Skouten, dass du gut spätst, kannst du gut spielen ohne Kult. Ich möchte, dass du das auch selbst tun kannst. Wie? Du kannst ihn rausgehen? Nein. Ich möchte, dass du, dass du das Challenge machen kannst, ohne zu spätst. Aber warum? Was das sogar noch tun? Devin, du hast auf den Kult in der ganzen Welt. Und es ist Zeit für dich, dass du das gut spätst. Irgendwie ist gerade der Untertitel total beschissen. Der Untertitel ist total verzögert. Was ist das denn für eine Scheiße? War das schon die ganze Zeit so? Ich höre halt die ganze Zeit zu, aber lese den Untertitel nicht. Irgendwie ist der Untertitel total verschoben. Okay. Okay, go. Also, Challenge Rules. Devin must decide whether or not to complete a pass to Colt Cruise on the drive. Eine Minute, also one minute on the clock. Must go a touchdown to pass. Ei, ei, ei. Okay. Guck mal, ob wir das hinkriegen. Ich glaube es fast nicht. Glaub es fast nicht. Aber vielleicht, vielleicht. Oh, shit. Challenge number four beginning with an incomplete pass from Devin Wade. Der war nicht gut. Der war nicht gut. Der war scheiße. Der war richtig kacke, okay. Ich verstehe auch gerade die Challenge nicht so wirklich. Aber ich muss sie jetzt verstehen so langsam, weil ansonsten geht uns die Zeit aus. Oh, ich hoffe, der kommt jetzt an. Ich hoffe, der kommt jetzt an. Ich hoffe, der kommt jetzt an. Scheiße. Ich fürchte, das wird nichts mehr. Wir müssen jetzt den letzten, den letzten müssen wir jetzt hinkriegen. Er hat ihn wenigstens, ne, er hat ihn nicht. Oh, shit. Okay, die erste Challenge, die wir verkackt haben. Oh, shit. Das ist schlecht. Das ist leider schlecht. Oh. Die war nicht gut. Die war gar nicht gut. Das war eine Katastrophe, leider. Gerade die Challenge. Challenge five in the past. Okay. Das regnet jetzt auch ziemlich dolle. Ja, let me guess. Ja, 30 und 15. Ja, come on. What, did they fly in Oregon Ducks uniforms for this challenge too? Come on. Oh, man. Die. Just calm down, okay? You spent the last six months getting over that night, I know you have. Now you just have to show millions of people at home what you have to. Okay, jetzt bin ich gespannt, ob wir das hinkriegen. So here we go, challenge number five and the raindrops starting to fall. This is a little eerie. I'm thinking it, I know you are and I know who those people are. Das kann wirklich schwer werden, glaube ich, jetzt. Very reminiscent of that game against Oregon, his final game at UT. You're exactly right. Now that it's starting to come down, that and Clement Weather is going to either get into his head or he gets out of his head. Because that last pass he threw, that actually counted, this exact situation, this exact scenario, he's got to defeat that in order to win this challenge. Okay, er muss sich gegen seine eigene Vergangenheit stellen. Devin Wade finally put the demons to rest and have haunted him for the last four years. Uh oh. Uh oh. Let's just get into the half. Keep it simple. If it's not there, don't force it. Get it. Hey, yo, D. We need this. I can beat my guy D. Cold is not the play. I know, but if we don't show something here, we might be sitting. Come on, you wanted to dedicate this game to your dad. Let's do it for him. Let's go. Holy shit, I can't. You have to be open. No matter what happens. I'm proud of you both. You can't defend a perfect pass. You know what? There's no such thing as always a safe bet. Oh. Oh, ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung war. Nein. Holy shit. Okay. Wir können es nochmal versuchen. Okay, der war gut. Der war echt gut. Oh Gott. Shit. What the fuck? Hä, wie soll ich den denn? Hä, wie, 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 wie? Hä, wie soll ich den denn kriegen? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Nee, ich versuch das. Ich versuch das die ganze Zeit hier weiter. Ich weiß nicht, wie ich den an den Mann bringen soll. Yeah. Er hat ihn sogar. Oh mein Gott. Wir haben gegen die... Wir haben es geschafft, die Vergangenheit zu besiegen. Auch wenn es nicht die richtige Entscheidung war. Okay. Wir müssen auf jeden Fall einen Touchdown erzielen, um die Story weiterzuführen. Okay, krass. Okay. Okay. Nochmal los. Oh, das wird, das wird übel. Okay, wir müssen in einer Minute 30 es hinkriegen und wir müssen, wir rennen erstmal, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob die einen Lauf erwarten, aber wir versuchen es. Und das ist der First Down. Wow. Okay, der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht. Ich denke, dass wir den hier nehmen. Eine Minute 14 für einen guten Spielzug. Und go. Nein. Ah. Ja, 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 okay. Wir nehmen trotzdem FL Drive. Okay, ich habe da schon jemanden, der wirklich gut wäre, wenn er gut läuft. Shit. Oh, nein, ey. Okay, wir machen den hier. Wir müssen auf jeden Fall, wir müssen auf jeden Fall jetzt loslegen. Shit. Der war nicht gut. Ja, wir müssen schon, wir müssen schon. Und wir haben's. Wir haben's. Oh mein Gott. Im vierten. Im vierten haben wir den Touchdown. Wow. Wow, 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 wow. Holy shit, das war übel. Ja, er ist plötzlich so. Er hat gesoffen, glaube ich. Was er hat geschlossen? Was er heute bin? Du war mést für da. Du war so... ...great. Warnt er nicht... Nicht, das war sie? Äh. 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 Ja, ich bin. Julia. Ich habe ein kleiner Mann in eine Suisse im Namen Russ Fountaine. Fountain. Fout- Es ist Fountain. Fountain. holy shit okay wir haben es echt gepackt ich war ich glaube das war keine so unbedingt mega gute leistung aber naja see what people are saying oh man that bad no not not all of them yeah here's one from yogi raw some teams are intrigued by a hashtag longshot hashtag Devin wait okay that's good right oh yeah good your own hashtag man oh wait there's there's more but others say he's draft kryptonite comes with a circus a lot Tim Tebow what no speaking of hurting Devin Wade ain't worth the hoopla play old man all day but not ready for NFL oh man scuba Steve needs to check himself man yeah you know what just let me let me find another good is it that hard I got one Wade made great choices time and again from V Barry Sanders what oh and this one's from at US Army great to see Devin Wade crush the legends on the longshot finale hashtag army strong that's really cool it did that man that's great wait till you hear this from draft scout I haven't finished my official full analysis yet but early breakdown makes Devin Wade a fifth round prospect how about that baby whoa good guy in a number what the fuck this money in the bank hey Chad I don't think you're all at all man uh yeah speaking of which uh I call Chad right yeah wow you mind putting your name on here selfie hey hey much but I want to do that again yeah I think your flash was out oh no it wasn't I'm just saying just listen listen no can you sign that one yeah you gotta give me a pen I don't have a pen hey man you like ribs what kind any Mr. Cinco is it Ocho Chad Mr. Cinco you just called me a five Mr. Johnson yeah he just called me Cinco you just called me a five five that's like a middleman oh it's all to get I'm sorry hey Chad I don't think you're all at all man hey Devin this is Kirk Cousins loved you on the show I just wanted to say that that throw you made to Colt was a legit NFL throw best of luck in the draft yeah dankeschön what's up Dev man it's your boy Tavon Austin man see you in the NFL soon maybe one day we catch a couple passes together all right forget the haters see you later what's up Dev it's your boy Landry Tonson man and hey I seen that last episode man a long shot you got some guts man and I would love to block for your hands down man man respect good luck with everything baby hey Devin this your boy Josh Norman keep doing what you're doing man hey don't worry about them haters but hey I am looking forward to you coming to the league so I can pick six your tail and ride Delta all the way home off your air and throw oh man some girl just wrote I only watched long shot for Colt why do they spend so much time all damn it just like not my long shot come on give me that man oh pretty cute man let me shut that nonsense down man hey man I'm hungry why don't we get some grub come on oh what else is new months hungry hey why you gotta make fun of me man eat Colt oh come on let's go right you're already overweight it's my thyroid Ocho Cinco come on man you of all people should respect the thyroid Tja wir haben es wohl geschafft wie geil ist das denn mega gut okay so the reaction from the media and the scouts has been pretty positive but the problem is is they aren't the people who make the ultimate decisions meaning that I've been talking with the GM's and the coaches across the league and right now you're you're looking at a third or fourth strength quarterback okay consensus of the coaches is that as a backup you may not be worth the distraction the show brings so all of this was pointless look Devin nothing in this life is guaranteed and if you're lucky nobody hands you anything you should be proud of what you accomplished here and you're the only person that should say when it's over right are you ready to give up on you either right you know truth is coach I do the whole thing all over again thanks for picking me up when I was down I really appreciate it it's my pleasure Devin do you stay in touch and you let me know what's happening you got it coach wow okay das habe ich jetzt nicht erwartet dass wir am ende nicht gedrafted werden oder scheinbar nicht und ich würde sagen an dieser stelle machen wir erstmal einen cut diese folge ist damit beendet in der nächsten folge wird's wahrscheinlich dann den draft day geben ich weiß nicht ob wir noch gedrafted werden ich weiß nicht was grundsätzlich noch so passieren wird es sieht auf jeden fall eher ja kläglich aus was anscheinend geleistet haben aber vielleicht kommen ja noch irgendwelche überraschungen zum draft day wir müssen abwarten was passiert und ich hoffe ihr seid in der nächsten folge auch dabei macht es gut und ciao ich nein nein ich sagen